Ging der Startgut los. Und stelle da nochmal die Lautstärke richtig ein. Das nach meinem kleinen Urlaub. Jetzt nun hier die ganze Geschichte. Und ihr seht, Team ist voll. Beziehungsweise, ja, 6er Team ist ja voll. Neuestes Teammitglied in der letzten Folge, was wir bekommen haben, ist Glumanda. Ich weiß nicht, Glumanda. Ja, weih nicht, Glumanda. Dann natürlich Bragio. Dann haben wir da Thiri. Und natürlich unseren Starter, Froxy. Mitgenommen haben wir noch Flabebe und Medica als VM-Sklaven quasi. Was heißt eigentlich Sklaven? Quasi. Es ist ein VM-Sklave. Ja, muss man mal so sagen, wie es ist. Oh, den habe ich gar nicht hier bemerkt. Mich hinsetzen wollte ich gar nicht. Ich wollte mit dir reden, Junge. Danke. Der Professor hat ganz schön vielen Leuten, äh, hat ganz vielen Leuten ganz viel über die Pokémon beigebracht. Das ist doch schön, ja. Sehr, sehr schön. So, gehen wir dann mal wieder raus. Wir sind nämlich, falls ihr es bemerkt habt, in der letzten Folge in Illumina City. Oh, Lord W., es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Ja, unser Trupp hier. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbar. Was Serena wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da besser raushalten. Lord W., verlasse das Labor, wende dich nach links und gehe dann immer geradeaus, um nach Vanetia zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Ja, dann gehen wir mal direkt mal raus in dieses Café. Okay, und das ist im Übrigen Illumina City, liebe Freunde. Die größte Stadt in der Carlos-Region. Und wie gesagt, für die, die es immer noch nicht wissen sollten, die Carlos-Region ist ja Frankreich nachempfindend, weswegen ich ja einen französischen Akzent bei dem Professor ja natürlich setze. Und ja, deswegen sehe ich auch Illumina City so als das Paris von Carlos an. Warum hängt es gerade? Na gut, jetzt doch nicht. Illumina City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mache mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee legt ja förmlich dazu ein. So, können wir jetzt auch. Nach Vanetia und unserem Café Soleil geht es dort entlang. Ja, da sehen wir auch im Übrigen eine unserer Freundinnen. Hier sind wir jetzt ja im Südring. Wir können ja auch schön mit unseren Inlinern fahren. Hier ist ja jetzt ja unter anderem sie hier. Das musst du dir ansehen. Hier kann man Trainerpromos aufnehmen. Naja, hier sind auch die Trainerpromos-Studios. Sein eigenes Promovideo aufnehmen. Da werden Träume wahr. Die Leute hier erstellen das Video auch gerne für dich. Dann musst du dich um nichts kümmern. Denn du kannst es auch selbst zusammenstellen, würde ich ja zu befürchten. Und so weiter. Also wird es jetzt nochmal erklärt mit den ganzen Geschichten. Wir wollten eigentlich generell erstmal hier hin. Nämlich ins Pokémon Center. Die sind ja auch quasi so integriert, dass man es halt auch sehen kann in den schönen Häusern von Illumina City. Also das sieht halt dann ein bisschen anders aus, als wenn man das irgendwo anders erkennt. Also wenn man so in eine große Stadt kommt, dass es dann auf einmal irgendwie entsprechend heißt. Nee, komm, muss nicht sein. So, wir legen mal kurz Pokémon ab. Ich muss aber ganz kurz mal noch was anderes machen. Und zwar nämlich, bitte jetzt nicht wundern, wenn das mal ganz kurz jetzt... Ich muss nämlich mal ganz kurz Pokémon wegblenden. Denn, ähm... Ja, ich sollte mal vielleicht auch mal draufklicken. Ah, ist wie bei dem einen da, ne? Wie bei dem einen Emulator, den wir hatten. So, legen wir Flabibi auch ab. Ihr seht ja schon, was ich hier so alles gefangen und bekommen habe. Auch ein Entor... Ach, ein Entor. Ein Ratatatatata. Ein Porenta haben wir uns ertauscht. Oh Gott, der sieht schnöselhaft aus. Möchtest du Pokémon und Preise tauschen? Mit Pokémon habe ich sechs Stück. Ja, davon können wir nur Scheißdreck holen. Ja. Wenn du bereits sechs Pokémon bei dir, äh, Team-Pokémon bei dir hast, wird jeder weitere Fang automatisch in deine Box weitergeleitet. Einfach toll, was die... Was für Möglichkeiten uns dank der Wissenschaft eröffnen. Ja, im Moment ist es ja aber auch so, und da habe ich ja in den vergangenen Tagen auch im Urlaub, ja, die Remakes von Diamant und Perl gespielt, dass ja die Pokémon, da war ja jetzt ja auch schon, man kann ja quasi auch, egal wo man ist, dafür braucht man eigentlich kein Pokémon-Center mehr, jederzeit auf die Boxen zugreifen. Und ich bin mir sicher, das wird in Karmesinn und Purpur die neuesten Pokémon-Edition, die ja im Herbst herauskommen werden, im Spätherbst, kann man so sagen, Spätherbst, Frühwinter dieses Jahres ja bei uns rauskommen. Ja, wenn man mit aktiv... äh, aktivierten EP-Teiler kämpft, erhalten im Falle eines Sieges alle Team-Pokémon, die nicht im Kampf teilgenommen haben, die Hälfte der Erfahrungspunkte derer, die am Kampf teilgenommen haben. Na, guck mal. Ja, damit ist ja auch wahrscheinlich auch geklärt, wie das mit dem EP-Teiler hier funktioniert. Ist alles ein bisschen anders als in den vorherigen Spielen, muss man so sagen. Kaum zu fassen, wie viele unterschiedliche Pokémon-Attacken es gibt, nicht wahr. Manchmal erlernen Pokémon auch neue Attacken, wenn sie ein Level aufsteigen, wusstest du das? Wenn man Pokémon eine neue Attacke lernt, das ist gleich... ähm, lasse ich es gleich kämpfen, um sie in Aktion zu sehen. Ja, ist es halt so. Wie schaut es denn eigentlich in meinem Beutel aus? Äh, Pokéball-Technisch sieht es gut aus, Trank-Technisch... Joa, ich würde mal sagen, erstmal lassen wir es mal. Illumina City hat ja nicht nur ein Pokémon-Center, sondern gleich mehrere. Ja, und deswegen ist es auch ziemlich gut. So, hier geht es unter anderem gleich mal weiter. Genau, da hinten ist Serena. Ne, da sehen wir sie schon. Hast du einen Moment Zeit? Oh, da geht was. Da geht was. Da geht was. Oh. Sag mal, Nachbar. Sind das nicht Floderis und, Moment mal, ist das etwa Diantha? Floderis ist der Leiter des Labors, in dem der Hololok entwickelt wurde. Und Diantha kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon, das ist diese super beliebte Schauspielerin, von der alle Welt redet. Aber was führen die beiden wohl zusammen? Wie du dieses junge Mädchen in deiner Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Würdest du nicht am liebsten ewig solche junge Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schöner ist doch nichts ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles verändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freuden altersgemäße Rollen spielen. Aber siehst du es da nicht als deine Pflicht, als Schauspielerin dann auf ewig schön zu sein? Wenn es nach mir ginge, sollte die Welt so ewig wären, wie sie jetzt ist. Alles sollte in seiner momentanen Schönheit bewahrt werden. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Dann guck in den Spiegel! Oh, hallo Wadi. Das ist Diantha, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie die Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie. Die Welt wäre gleich viel schöner, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Eigentlich läuft er ja quasi gegen die Wand. Und wer seid ihr? Mein Name ist Rino und das hier ist Wadi, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin begrüßt habt. Ihr beiden habt sehr schöne Namen. Und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Wenn ihr wüsstet. Stimmt ja. Stimmt, da wir ja beide Pokémon-Trainer sind, könnten wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Ach ja, mir fällt ein, ich muss dir etwas sagen, Nachbar. Wollen wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns beiden letztlich stärker sein wird? Du bist zwar gerade erst nach Eskizia gekommen und hast deine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz die Sache doch spannender machen. Ich werde zwar trotzdem so oder so nicht verlieren, aber trotzdem. Willst du jetzt mit mir kämpfen? Oder willst du mit Knutschen? Ne. Wie sagt das Gleiche? Aber wir können mal hier mal kurz mal so nachfragen. Ja, da wird über Diantha geredet. Habt ihr das gesehen? Ich möchte so gerne den Film mit Diantha sehen. Den, wo sie Pokémon auf Reisen geht. Aha. Ich will nicht auf den Stuhl. Da ist es immer so komisch. Ich trinke zwei Tassen Kaffee am Tag. Aus Kuchen mache ich mir hingegen nicht viel. Ja, aber man muss auch nicht jeden Tag Kuchen essen. Es ist auch viel Zucker drin und so. Es gibt auch zuckerfreien Kuchen. Bei einem Espresso kommt es nur darauf an, ob er schmeckt oder nicht. So sieht es aus. Und du? Ich habe gehört, Floderes versammelt zum Wohle der Gesellschaft junge Leute um sich herum. Kann alles bedeuten. Wer ein sonniges Gemüt hat, ist bei uns allen beliebt. So wie das Pokémon Sonnenfeld. Das ist in aller Munde. Die einzigen, die nicht darüber sprechen, sind die Blumen. Na, die können leider nicht sprechen. So. Das ist so viel dazu. Wir können ja auch ein bisschen weiter gehen hier. Wir haben zum Beispiel noch einen Kaffee. Hier gibt es ja auch viele Trainercafés. Warum steht der denn eigentlich hier? Das hier ist der Südring. Auf dieser großen Straße sind das Pokémon Labor, das Pokémon Promostudio und das Friseurgeschäft Style Salon zu finden. Stimmt, man kann ja auch seinen Charakter ja stylen seit dieser Woche. Hier gibt es auch Taxis. Also Taxen. Aber weiter können wir leider nicht. Denn. Faddo, du kannst hier nicht momentan durch. Es gab einen Stromausfall. Wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Ja. Deswegen können wir leider nicht weiter. Aber ich denke mal, so ein Illumina City, mal einfach mal hier alles irgendwie so schön mitzuerleben. Das ist halt auch schön. Muss man ja auch mal so sagen. Nun gut. Dann werden wir jetzt mal... Oh, Holo-Nachricht erhalten. Hör mal, ich bin gerade auf Route 5 und hier wimmelt es nur so von wilden Pokémon. Komm schnell vorbei, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Ich hatte gerade vor, auf Route 5 zu gehen, ne? Im Übrigen für die, die es nicht wissen sollten... Ich muss es mal ganz kurz zeigen. Da oben steht auch noch die Zahl, wo es hingeht. Also, so schwer wird es wohl wahrscheinlich nicht sein, um in die andere Route zu kommen. Naja. Hey! Na, wie läuft's, altes Haus? Ich bin im Übrigen Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kräfte in die Welt hinaus. Ich sehe schon, du willst dich sicher gleich fragen, was die O-Kräfte sind. Aber lass mich dir diese Mühe ersparen. Die O-Kräfte ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn angewendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. Oh ja, die O-Kräfte sind cool hier in XY. Also, mal gucken, ob ich sie einsetzen kann, ohne dass hier irgendwie der Emulator abstürzt. So kann sie beispielsweise deine Pokémon stärker machen oder dir mehr Geld verschaffen. Diese mysteriöse Kraft reicht sogar so weit, dass sie in der Nähe von befindlichen Freunden jeweils Gutes auf Wiederfahren lässt. In diesem Sinne, empfange meine Kraft! Mehr Miteinander! Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Angriffskraft und Verteidigungskraft benutzen. Ja, Angriffskraft und Verteidigungskraft werden jetzt entsprechend gesetzt. Das heißt, wir können hier unten in unserem Bereich, beziehungsweise bei euch im rechten, oberen, rechten Teil, wo war das nochmal? Ne, nicht hier, sondern hier im Supertraining, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ne, wir können ja hier zum Beispiel, war das hier im Supertraining? Ich weiß es gar nicht. Ne, hier war es das auch nicht. Ja, hier haben wir aber Glumanda zum Beispiel. Wie ging das nochmal? War das hier nicht im Playersystem? Passanten, Bekannte. Genau hier, O-Kraft haben wir zum Beispiel. Und da haben wir sie, die Fangkraft. Also wir können da mal kurz draufklicken. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Pokémon zu fangen leicht. Wirkung hält drei Minuten und das können wir immer wieder und da kriegen wir halt immer wieder, sagen wir mal, entsprechende Level dazu. Also es hält drei Minuten und wir können da dementsprechend dann auch, wie gesagt, das auch so einsetzen. Wenn du dich meine Illumina City verlöst, schlag am besten einfach in ein Taxi. Ja, die gibt es ja auch, wie gesagt. Ein schöner, langer Umweg kann sich durchaus lohnen. Man weiß ja nie, was man unterwegs findet. Das stimmt. Hä? Egal. So, Route 5 der Coteau will... Ein Lucario. Lucario! Ein Luc... Ein Luc... Ein Luc... Ein Lucario. Will auch eins. Tauscht das gegen meinen Besitzer. Ich hatte gerade etwas Spezialtraining mit meinem Lucario absolviert, als plötzlich... Was hast du denn, Lucario? Hat es etwas an der Aura dieses Jungen dein Interesse geweckt? Luca. Was sagt man dazu? Sieht so aus, als würde mein Lucario dich mögen. Äh, danke. Weißt du, Lucario können die Auren der Menschen spüren und irgendwas an deiner Aura fasziniert ist. Dieses Lucario hier wetteifert übrigens immer mit meinem anderen Lucario. Vielleicht hat es ja nur darauf gewartet, mal mit einem starken Trainer wie dich zu treffen. Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Conny, die Arena-Leiterin von Yantara City. Wenn du fleißig Arena-Orden sammelst, werden wir früher oder später im Kampf aufeinandertreffen. Ich für meinen Teil freue mich schon darauf. Bis dann. Ja, die werden wir demnächst einmal irgendwann mal sehen. Und dieses Lucario. Das werden wir auch irgendwann mal wieder sehen. Ich will ein Lucario haben. Egal, geht denn jetzt nicht. So. Und wo ist jetzt hier der Dicke? Wo bist du? Tomate. Gut, schauen wir mal erstmal, was wir hier so für Pokémon haben. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so uns erwartet. Ein Skoppel. Guck mal. Können wir auch mal langsam mal in den Kampf eingreifen. Wir müssen Glomanda eh noch trainieren. Bis Level 15 würde ich mal sagen. Das kann ja auch schon kampffähige Attacken. Zum Beispiel Glut. Das Koppel haben wir ja schon. Ja. Was Glomanda wollen wir halt auch trainieren. Ich habe ja Glomanda in der letzten Folge genommen. Weil ich ja das Glomanda Mega Glurak X super finde. Na, jetzt wird man wahrscheinlich sagen. Let's go Pikachu und La und Schlag mich tot und so. Let's go Kanto-Fan. Ihr wisst doch schon, ne? So, ersten 53 XP. Bidita erreicht Level 10. Schön vor allem Sklave. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier so haben. Skoppel Level 10 haben wir hier. Was haben wir denn noch so Feines? Na? Uh, ein Mehikel. Eine Siege. Boah, ich glaube, ich bringe den... Ne, den Witz bringe ich lieber nicht. Nein, 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 nein. Den Witz bringe ich nicht. Ah, Mist. Kratzer hilft nicht so viel. Es ist aber auch Level 10. Würde es eine Glut standhalten? Ich denke mal schon, ne? Ich weiß gar nicht, welcher Typ das hat. Ah, okay, es ist Feuer. Äh, es ist Pflanze. Aber es ist, ähm, im gelben Bereich. Das heißt, dann könnten wir es mal probieren. Indem ich mal... Ich schmeiß mal einen Superball. Mal gucken, ob es klappt. Dann haben wir ein Mehikel bei uns. Zumindest erstmal vorübergehend mit. Und wir haben es gefangen. Oh, guck mal. Finde ich sehr schön, ne? Ein Mehikel haben wir gefangen. 100 XP kriegt Blumanda. Reicht leider noch gar nicht, glaube ich, um das entsprechend zu machen. Aber es gibt Pokédex-Eintrag für Mehikel. Ja, mach mal. Ich muss hier auch noch machen. Oh, wir sind schon hier. Mehikel. Äh, im Übrigen 672 im Pokédex. Ne, im Nationalen. Ähm, ist ein Pflanzen-Pokémon. Ein Ritt-Pokémon. 0,9 Meter groß. 31 Kilo schwer. Man sagt, es sei eines der ersten Pokémon, die mit Menschen zusammengelebt haben. Es sei sehr ruhig und friedfertig. Hm. Vielleicht sehe ich es eines Tages mal im Pokémon-Legenden Acheoist. Wer weiß. Gebe keinen Spitznamen. Ihr wisst das ja natürlich. Ich gebe dem Pokémon keine Spitznamen. Sowohl Gefangene als auch Nicht-Gefangene. Ich kriege keine Spitznamen. Dann mache ich keine Ausnahmen. So, Mehikel haben wir hier wieder. Müssen eigentlich Blumanda gleich mal einen Trank geben. Hat ja nur noch 16 KP. Gut, die Hälfte ist noch da. Aber trotzdem. Das hat eine stärkere Verteidigung, so wie es ausschaut. Ich würde mal noch einmal Glut machen. Dann gebe ich einen Trank. Oh. Oh, es brennt. Ich glaube... Gut. Ich glaube, die eine Verbrennung macht, wo glaube ich, alles wett. Ja. So sieht es aus. Ja. So sieht es aus. 100 XP. Level up für Glumanda. Level 11. Sehr schön. Andere kriegen auch XP. Das ist fantastisch. So, dann würde ich mal trotzdem halt mal Glumanda einen Trank geben. Dem Mehikel gebe ich keinen Trank. Das werde ich ja auch später, wenn wir... Wenn ich entweder nach Illumina City zurückgehe oder nicht, dann... Oh. Das erste Mal haben wir einen... Ein Schwarm. Ein wildes Schwarm. Ihr seht's. Das ist auch neu bei Pokémon X. Es können Pokémon im Schwarm auftauchen. Fünf Stück. Das Problem ist halt, wir müssen mindestens vier besiegen, um eins davon fangen zu können. Heißt also, wir legen direkt los mit den Schluckpucks. Drei männliche, zwei weibliche. So. Aber alle Level 5. Guck mal. Das erste fängt schon an zu brennen. Das Problem ist halt auch, alle fünf dürfen dann angreifen. Das heißt, jetzt geht jetzt erstmal fünfmal Angriff. Ne? Und dann, ähm... Wollen wir halt erstmal weitersehen. Ja. Karwum. So. Eins brennt. So, wir werden uns aber jetzt mal wirklich an die fünf so ranwagen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir alle fünf zum Brennen. Ne? Wir können ja auch, wenn wir jetzt so eine Attacke hätten wie Erdbeben oder sowas, ne? Also so Attacken, die halt komplett mehr als ein, mehr als zwei Pokémon trifft. Oder, ja, mindestens zwei Pokémon treffen könnte in einem Doppelkampf, was wir halt gut kennen. Dann, ähm... Boah, das wird, das dauert mir zu lange. Ja. Ein Schluckpuck brennt. Ja, das wird lange dauern. Und, ja, wir gehen mal weg. Also, das hat auch keinen Sinn. Wenn, das ist wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel mein Glumanda eine Attacke könnte, wo, wie gesagt, mehr los sein könnte. Ne? Also sprich, wenn mehr, ähm... Nein, wenn mehr los sein könnte. Das ist der falsche Begriff. Ich meine, was, wie gesagt, mehr als ein Pokémon angreifen könnte. Dann würde ich sagen, in Ordnung. Aber... Wenn es halt nur Glut kann und dann dreimal Level, fünfmal Level fünf Pokémon kommen. Ne? So, guck mal, einen Pampam haben wir auch noch nicht. Auch eins der, aus der Kalos-Region. Oh. Wo ist das Kraftschub ein? Ich weiß nicht, ich hab ein ungutes Gefühl, der Angriff steigt. Ich glaube, ich werde gleich mal auf... ...Ratiri wechseln, wenn ich es hinbekomme. Oh, es brennt. Was macht Silberblick? Ja, jetzt sorgt es erstmal dafür, dass das... ...Glumanda hier gleich mit einem Schlag weg ist. Das wollen wir nämlich nicht. Deswegen schmeiße ich meinen zweiten und letzten Superball. Es brennt, aber es ist mir egal. Es wird ja in die Box transferiert, weil Pokémon-Box ist voll. Ja, und es hat geklappt. Ohne diese O-Kräfte einzusetzen. Aber ich glaube, wenn wir die O-Kräfte bei gewissen anderen Pokémon einsetzen würden, dann wäre das ja was anderes. Aber, naja. Nun gut, wir haben einen Pampam gefangen. Ein verspieltes Pokémon. Typ Kampf, 0,6 Meter groß, 8 Kilo schwer. Es startet den Gegner finster an, um nicht unterschätzt zu werden. Hat es aber nur wenig Erfolg damit. Das Kauen auf seinem Blatt ist sein Markenzeichen. Ja. Das hat nicht irgendwie so ein Blatt da so kleben, sondern... Ja. Na, guck mal. Aber ich merke mir dann halt, Pampam wird ziemlich schwierig sein für Glumanda. Das Koppel ist dagegen ja eine einfachere Kost. Aber, wenn wir mal schauen. Ja, ist auch Level 9. So, ich würde glaube ich aber gleich nochmal ins Pokémon Center zurückgehen. Dann können wir auch das Minikel ablegen. Und dann mal schauen. So, Glut. Und weg bist du, Skoppel. So, 60 XP. Das ist schon Level 12 für Glumanda. Aber heute wird hier, wie gesagt, ein bisschen Glumanda trainiert. Der Tiri erreicht auch Level 17. Auch sehr schön. Ja, wir müssen... Oh. Dann sind wir mal still. Ja, dein Tiri würde zu einem Datingis. Cool. Ja. Lernst du noch was? Lernst du noch was? Achso. Ich muss eventuell... Oh. 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 Glut. Oh, 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 oh. Ja, es ist ein Feuerflug nämlich. Oh mein Gott. Ich hätte glaube ich dann doch Bisasam nehmen sollen. Ist egal. Also, das heißt... Ja, ich habe ja auch ein Wasser-Pokémon dabei. Ich habe ein Elektro-Pokémon dabei. Was ich nicht dabei habe, ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, jetzt im Moment habe ich eins dabei. So, wir können hier drauf gehen. Hier ist nämlich... Ihr seht das. Ja. Komm, man schön gemütlich. Na. So ein paar... Ah. Zack. Oh. Ein Item. Ein Super-Trank. Sehr schön. So. So. Dann kommen wir hier wieder runter. Dann würde ich mal sagen, kurz ins Pokémon Center. Also kurz zurück nach Illumina City. Legen das Mihikla ab. Gehen ins Pokémon Center. Ich glaube, wir werden auch mal so generell nochmal unser Portfolio an Tränken und Bällen nochmal auffrischen. Ich denke mal, das wäre auch sehr sinnvoll. Um das mal zu machen. Erstmal heilen wir mal. Und dann legen wir das Mihikla ab. Ich blende es schon mal hier weg, damit ihr es dann noch nicht mehr seht. Es ist ja noch im Team, aber gleich nicht mehr. So, dann. Ja, hallo. Immer diese Turbo-Drehte hier, ne? Oh, dann geht man das PC. Wir bewegen. Das können wir auch ziemlich einfacher machen, indem wir das Touchpad benutzen. Und schon sind wir fertig. Ne? So einfach kann das gehen. So, dann wollen wir mal Tränke gucken. No, hier Tränke kaufe ich noch dazu. Einen Supertrank haben wir gefunden. Kaufe ich einen noch dazu, dann passt das. Superbälle. Ich kaufe mal fünf Stück. Oh, das ist schon wieder mal hier. Wir geben hier wieder zu viel Geld aus. Pokebälle lassen wir erstmal so. Vielleicht haben wir noch was zum Verkaufen. Das können wir halt auch nochmal machen. Hier nichts. Hier, das können wir nicht verkaufen. Den Rest können wir auch nicht verkaufen. Also haben wir nichts Großartiges zum Verkaufen da. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wir haben zumindest jetzt mal dafür gesorgt, dass wir Bälle- und Tränke-technisch gut drauf sind. Aber in der nächsten Folge, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, wird das nochmal ziemlich interessant sein. Ich mache nämlich hier schon mal einen Cut. Das heißt, ich werde aber trotzdem auf Route 5 gehen. Und wünsche euch dann noch viel Spaß mit Pokémon X. Das ist die heutige Folge gewesen. Montags und freitags um 18 Uhr auf derjo-tv.de und auf dem YouTube-Kanal von derjo-tv-games könnt ihr euch die neueste Folge angucken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für euer Interesse. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich würde mich auf ein Abo freuen und einen Daumen rauf. Also, wir sehen uns. Tschüss.